Sorry. Annika, landunzähliger Kampfkünstler. Doch nur jene, die die Tests des Wächters bestehen, sind in der Lage, sich Großmeister zu nennen. Die Großmeisterprüfung beginnt jetzt. Vertritt dein Haus und erweise dich als würdig. Das klingt alles langweilig. Mit meinen Kräften wirst du im Handumdrehen Großmeister. Ich verlange eine Revanche! Ich zeig's dir! Besiege jetzt die Wächter mit meinem überwältigenden Verlangen. Dein Gegner, Hodon, ist den Tricks des Dämons erlegen. Er hat eine heilige Prüfung verspottet und die Wächter verärgert. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zur Macht. Sie kann nur durch harte Arbeit und Disziplin erworben werden. Qualitäten, die du wieder und wieder unter Beweis stelltest. Du hast dich des Titels Großmeister als würdig erwiesen. Meine Tochter, du bist jetzt der Champion der Wächter. Wird ihr Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Die eigentliche Prüfung beginnt jetzt. Das Schicksal ruft nach dir. Des Schicksal, der ist ein Schicksals. Untertitelung des ZDF, 2020